Sven ist es, Sven ist es, Sven hat genug, Sven hat genoobt, Sven hat genoobt, Sven hat genoobt, Nein, ich bin er nicht. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TTT, mit dabei Janik, Drasron, Stixer und Waldo. 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 Hier erstmal überdenken, was wird noch tun? Nein, einer muss da rein, Waldo, einer muss da rein und der andere muss dann hier drücken. Echte, ja? Ja, so funktioniert das. Wie drück ich da? Mit E. Wenn einer da drin ist. Okay, 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 okay. Der Drasron hat geschossen, er ist töter. Echt? Ich glaub, Sven ist es. Also, ich bin grün. Wo, 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 wo. Das zählt gar nicht, einer muss im Tester sein, der andere muss. Sven tötet mich. Sven, Sven ist weg. Nee, nee, nee. Drasron hab mich abgeschossen. Ich lass mich grad testen. Ich hab 37 HP. Ich hab 37 HP. Sven, du musst in den Tester. Ja, ich geh in den Tester, aber Drasron hab mich abgeschossen. Also, er hat angefangen mich abzuschießen. Ja, jetzt geh in den Tester, du Penner. Wow. Ich bin der Tester. Ja komm, ich geh jetzt rein. Ich bin der Tester, mein Gott. Ich will Sven, wenn er jetzt hier herkommt. Aha. So, guck. Test me. Okay. Hä, was geht denn ab? Warte. Au. Waldo. Ich kann das Spiel nicht so gut. Ich dachte, Waldo ist es auch sicher. Ja, du sagst es auch erst. Ich bin sicher. Obwohl ich vor dir im Tester drin war. Sven hat minus 7. So gut, wie eine gute Runde los ist. Ja, Sven hat keine 900 Karma mehr. Wie hab ich denn jetzt für den nur 4 Punkte bekommen. Und Janik 7. Weil ich den Traitor gemacht hab. Und Traitor kriegt weniger Punkte als in InnoCent. Ich hab einen Punkt bekommen. Dafür, dass du mitgespielt hast. Dafür gibts auch Punkte. Das sind alle Gewinner. Alle außer Sven. Alle außer Sven. Der hat minus 7. Ja, das passiert halt ab und zu. Sven wird getestet, ist das InnoCent. Er geht da raus, aber trotzdem ist mal jemand weg. Erstmal feiern. Ich dachte, ich hab einmal nur in die Luft geschossen. Du hast mich getroffen, Slaume. Sven tut mir auf den Fuß schießt, ne? Also, du hast mich abgeschossen. Deswegen dachte ich, du wärs Traitor. Du hast mich als Erflich getroffen. Weil dann sind wir zum Traitor-Tester gegangen. Und ich hab nicht gesehen, dass Strasser in den Tester schon getestet wurde. Oder noch nicht. Echt nicht? Nee, ich war der Erste und du warst der Zweite. Achso, ich dachte... Und ich wollte eigentlich nicht schreiben. Sven hat drin gestanden. Ich dachte, Sven hat gesagt doof. Aber wollt ihr die ganze Zeit jetzt mit Raitor-Tester spielen? Nee, das ist doof. Eine Runde war jetzt cool, weil Sven hat skaliert ist. Es war voll kacke. Und ich dachte halt, Sven hat dir doch geholfen. Du hättest gar nichts machen müssen. Nee, ich dachte, Drassron ist das, weil... Ich dachte, alle waren das. 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 Nee, ich dachte, alle waren schon dran. Und das halt nur Drassron da ist. Und bevor ihr euch killen kann, hab ich... Hab ich mir gedacht... Ja, klicken schnell. Waldo, Waldo. Und Drassron. Wir alle sind Tateos. Wir alle sind Tateos. Ich bin Tateos, 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 Tateos. Wie geil. Drassron schieß mal. Hallo? Sven, die ist der Tate. Drassron hat auf mich geschossen. Weil du es verlangt hast. Sven ist es! Nein! Bin ich nicht! Sven hat genug! Nein! Sven hat genug! Sven hat genug! Nein! Ich bin da nicht! Aber du brauchst das doch nicht so laut zu sagen. Sven ist doch keine Gefahr. Wow. Das stimmt. Er hätte Mail-Laut schon neben mir einschlagen. Ich hab 100% Leben immer. Habt ihr eigentlich rausgefunden, für was dieser Coffee-Cup ist? Eigentlich kann man den aufheben und dann kriegt man 5 Punkte. Ah. Oh Mann. Da steht immer am Anfang der Runde links. Da steht dann für Coffee-Cup dann E oder so. Sehr gut, dass ich noch nicht einmal nach den Punkten geschaut hab. Ja, ich sag's ja. Mir ist es egal, wer wieviel Punkte hat und wer die Runde ist. Ja, aber für einige vielleicht ist es für Zuschauer wichtig. Wie sag ich's am Ende? Und ich find's wichtig. Ja gut, ich tue's bei mir eh nicht so am Stück. Ich tue's bei mir in einzelne Folgen. Nein, ist auch nicht. Und unterschiedlich. Von daher... Ich will einfach... 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 Okay, ich glaube wir mit meiner Körper. Wow, 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 wow! St Soldier, wieso schieß ich mich auch? Das resid lactation Chixxor hat geschossen. St pacing mal! St Protection, warum hat's geschossen? Ich hab gar nicht geschossen! Du hast wohl geschossen? Chixxor hat geschossen! Ich hab nicht geschossen! Chixxor hat geschossen, Mann. Warum schieß ich in Modern Warfare auf dich? Weil ich das witzig finde, wie du dich erträgst. Oh, ich sag das nicht, weil ich akimbo hab. Mhm! Ich glaube Dras Ron ist das, der ist gerade vor allem durchdrehen. Ja, ich glaube auch. Guck mich nicht so an. Nein. Ich will jetzt einfach Chiki töten. Wo ist Waldo? Hier. Au! Dras Ron ist das, der hat auf mich geschossen. Hier bei den Autos. Bei den Autos, okay. Aua! Kannst du einmal schießen Waldo? Okay, gut. Ich schieße die Waffen weg. Vorwegen Dras Ron war es nicht. Alter, das war knapp. Ich schieße die Waffen weg, wollte ich dir sagen. Komm komm schon. Der muss Dras Ron. Ich bin auch frei mal. Ich dachte, Sven wird den Pfeffer in den Waffen. Die war ganz in dem Keller. Was ist denn einmal nicht? Ja Sven sagt, glaube ich, ihr könnt. Wie macht Sven weg? Wir fliegen zwei Bar Rettas. Bin ich jetzt hier allein? Oh oh. Nein, ich bin auch noch da. Du bist der Einzige noch, oder was? Nee, noch nicht. Nein, 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 nein. Einer von euch hat Sven gemacht. Ich war hinter euch. Das muss Janek gewesen sein. Nee. Also, das glaub' Waldo ist es. Das ist... Das ist so eine Lüge. Waldo! Waldo! Oh 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 oh. Ah! Nein! Oh man. Oh man. Waldo, ich dachte ich kann dir vertrauen. Ja. Sorry Drasi. Aber war gerechtfertigt. Ich hab dir in die Rückgeschoss. Oh man. Ich hab gar nichts... Ich dachte, Sven wäre gemacht worden von dir, oder sonst denn was. Ja vor allem, alle haben so festgestellt, alle haben so festgestellt, dass hier, dass ich rumgeschossen hab und dann kommt Schicksal und ich glaub, ich glaub Drathron war's, der hat geschossen So, da hab ich gedacht, hm, okay, sehr suspekt Das ist beim Multi-Track der Runden nicht, ich hab immer einen, der mir mithilft irgendwie Ja, das ist Momming, das ist halt wenn irgendjemand jetzt, wenn irgendjemand schiebt, ist es vorbei von Waldos Alles klar Oh, ich hab mir vertraut, Waldo Waldo ist jetzt, Waldo ist der Startfall um 1 Ja man, ich vertrau nie wie auch so ne Lüge Ah, der ist geiler Ja, nicht, wir beide machen das, okay? Das ist auch eine von denen Ich hab auch so ne geile oder was das war Lass meine Traitor raum gehen, tschüss Alles klar Später raus, wann es ist Ich zieh in den Traitor raum? Ja, im Keller Es gibt nen Keller Hä, wo seid ihr hin? Ich bin mein Drasson Ich bin mein Drasson Ach, da seid ihr Nee, das ist, Drasson ist weg Schicki? Ja? Drasson Du schießt mir nichts, oder? Nee, nee, ich schieß nur daneben Wo seid ihr? Das hat Waldo grad auch gemacht Nein! Drasson ist das! Drasson ist es? Dann gleich mal runter Geschossen 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 Okay In the Keller Drasson Ja, Drasson Hallo! What the fuck? Leute, haupt gehören Wir sind im Team Hey, wer lebt denn jetzt alles? Alter, außer Waldo denk ich mal Ich bin doch noch Waldo fragt, wer lebt denn noch? Ja, Waldo ist glaub ich tot Wir sind jetzt im Keller, oder? Weil dann gut Ah, Drasson ist hier! Drasson ist hier! Wer war es denn? Ich hab irgendwelche Zombies! Drasson Drasson weiß nicht! Hä, doch! Hä? Lol Aha! Yannick, 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 Yannick Was soll denn das? Was soll denn das? Du machst mir einfach schaden Was soll denn das scheiß? Hab nur noch 99 Hä? Also Waldo ist, Waldo ist confirmd Der wollte mich wegmachen Mit so komischem Mit so ner Pizza Ich hab grad Zombies getötet Ich hab grad Zombies getötet Also Drasson War Traitor Und der ist tot Also den hab ich geholt Vermutlich wurde von Ähm Wod ich wurde von Waldo grad Wiederbelebt Der wollte mich nicht wegmachen Mit so ner Stück Käse Richtig fies ey Ja genau mit dem Käse Genau Aua Voll fies Voll fies Du bist so ner Ratte Yannick Was denn? Yannick Wenn du schon mich wiederbeleben willst Dann frag doch nicht vorher doch Krass Ron Isse Doch ich bin Dann hätten wir die heimlich beide wegholen Also wegholen können Ich glaub ich hab ich mich selber approved Easy Ja aber anders hätten wir sie doch einfacher wegmachen können Ich hab aber die Zombies Ja hab ich mal gesehen im Keller eskaliert Die Zombies hab ich gekämpft Ja Warne 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 Gewonnen Ees Warne ich hab mir immer noch ein bisschen Käse vor allem Sven lässt sich bei mir zweimal anschießen ich hab mit dem Boss gegen die Folge spielen ja aber irgendwie schön aber wärs eigentlich hab bald wiederbelebt äh hier Drasson wiederbelebt sie kommen wieder raus aber ich hab bald immer gegen Käse das war aber ne Pizza oder? oder das ist Pizze also ich hab nur den Boden ich hab nur den Boden innocent sicher Yannick bootstabil mit innocent traitor i-n-o-n i-n-n-o und center du musst traitor sein A-i-t-o-r wisch dich? okay Drasson du bist so kurz davor dass du ne Kugel im Kopf kriegst ganz ganz kurz davor Zwei hat mich gemarft Zwei hat mich gemarft Hä? ich hab eine Granate und keine Angst sie einzusetzen Wer war... Wer hat mich abgeschossen? Wer hat mich abgeschossen? Wer war das? Aua wir sind los explodiert ich hab doch nur ne Plasma Granate geschmissen nur Chicksal ja die macht ja nur Schaden wenn man damit direkt trifft Chicksal hat geschossen also vorhin ja ich hab geschossen ich bin Traitor ihr könnt mich töten oh Sven also das heißt weil du ist es ich glaub Waldo ist es ich glaub Waldo ist es wieso denn? weil Chicksal geschossen hat das heißt du bist es Jemand äh jemand der hilft weißt du? ach ja stimmt hehehe easy kommt los Waldo was war das schon wieder? Aua Kanaffe ey was soll das? Waldo Waldo warst du grad einkaufen? wir machen jetzt Disco hey was denn? er antwortet oh ich hab auch einen ey au tolle nico wer schießt denn die ganze Zeit? keine Ahnung ich glaub Drasron ist es weil der ist badly wounded ja weil Sven mich angeschossen ich hab dich ja nicht angeschossen ich hab dich ja nicht angeschossen bist du dumm? ach ne wegen Chicks aus seiner du bist so dumm aber wie aggressiv Sven Ray geht Sven das ist Sven Ray geht aggressiv Sven Ray geht aggressiv bin ich der einzige mit 100 HP? ja na ich hab auch noch 100 soll ich Sven weg machen? wenn du es nicht was mach ich mach halt Sven weg mach halt Sven weg ey Jarek 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 ich glaub du bist es ne hör auf mich her zu laufen ne ich glaub vor dir hör auf krass er was ha 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 jetzt wird gebumst gut angeschossen okay Sven ist es nicht ne Vicky hat hier angeschossen das kann einer unten in den Keller runter ja Waldo es gibt nen Keller ja klappen na das kann Waldo ey echt jetzt Waldo easy siehste ich hab confirm Chicky hat beschlossene Fingers Waldo ist Waldo killen okay er denkt Team Arbeit das wusste ich ja Team Arbeit Sven ich bestitze okay was brauchen wir Team Arbeit okay okay Jicky Jicky ist das aufpassen Lidiel aber Jicky ist badly wounded dem hab ich in den Kopf geschossen ja danke ist er hier oh Jicky Zombies okay Waldo definitiv Waldo wieso denn ich weil Jicky bei mir war na das ist was wird besser im Spiel komm au ja warte da müssen wir hier ne ist weg okay Draston ist nie death ich hab aus der Seen Dicks gekillt aus der Seen das mir in den Schuss gelaufen wo wir die IDs abgekissen haben ich glaubte das ja das macht Jicky gerne sowas oh hier ist was explodiert bei mir bei Waldo ist es der ist halt im Traitor Room echt der liegt mir doch gerade auch entgegen was denn für ein Traitor Room ja jetzt tu nicht so du bist confirm alter sag ich ja sag ich ja sag ich ja ich sag dir hat sich schon uns geschossen am Anfang zu finden wo Waldo ist es easy confirm doch keine Glocke mich hat ein Innocent gekillt sorry und der eine Innocent hat mir einen Kopf gefaust das erste Mal 2 verteilt auch nur gut dann wäre es ein Teammate es wäre einfach von Schuss gelaufen und warum ist es hier so dunkel ich hab nichts ausgemacht das wäre das 100% an Teammate ja dann so ist sie oh nein jetzt bei der besten Waffe in der Spiels gestartet ich auch bei der schönen guten alten Kauber ok Cheeksaw ist es der steht nur rum der ist safe im Traitor Shop ich hab mal geguckt ob ich mir die Babygun kaufen kann funktioniert noch nicht oder ne leider nicht kann ich noch nicht machen scheiße also ich glaube Waldo ist es ich glaube auch weil schwer so verdächtig die zur Pizza läuft ja der ist ja schon bis es einfach zieht weil man direkt so an der Stimme genau also direkt so kam Waldo wo ist die Pizza guck jetzt sucht er sogar die Pizza also so letzte Runde jetzt kann Waldo glänzen wie soll ich denn glänzen wenn ich innocent bin Jan willst du mich testen ich gehe in den Traitor Tester na glaub ich nicht ich hab die Faxe Bibi das ist zu gefährlich bei der heut Pizza ich hab Pizza oh du hast doch voll hingetreten Sven das ist wow krass Sven ich weiß nicht ich hab nur noch 99 Waldo 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 mit der Pazza Waldo hat mir einen HP abgezogen Waldo hat mir einen HP abgezogen Waldo hat mir einen HP abgezogen ich bin fast tot ich kann mich doch im Arsch lecken wo sind die anderen beiden die Bums ich renne hier planlos auf meinem Map rum ich beobachte euch die ganze Zeit voll wohnen im Traitor rum ich hab vor allem ein paar Mal auf die Pizza geschossen vom Pizza Laden aus du wolltest mich töten nein wenn du auf die Pizza gehst ok passt schon ich merke es mir Sven ist es nein Sven ist es ich bin es nicht ich bin es nicht nein du hast gar keine Beweise doch ich hab's gesehen du warst das wo ist er wo ist er denn nein oben bei der Rakete da gar nicht wahr du warst das Rastroll ist ja auch zu lügen ich war in der Nähe von Yannick nein nein ich glaub das ist im Keller oder ist das jetzt das ist Chiki ja ja das bin ich Chiki du siehst genauso aus von deinem wie Sven wie Sven wo wird geschossen ich war es ja das ist dafür bin ich auch im Krieg Sven ist im Traitor rum ich schmeiß ne Granate Sven ja de oh Elm ich sag doch ich beobachte euch die ganze Zeit vom Pizza Laden aus und dann wirft damit Bubadank Sven ist im Keller Sven ist im Keller Sven ist tot super ich hab den Traitor Raum nicht gefunden ich kann endlich picken er ist weiter links oh scheiße er ist tschüss wie geht man er ist mein Kassappmodell ja vielen Dank fürs Zuschauen Like nicht vergessen Abo nicht vergessen Janik hat gewonnen Janik hat mal wieder geschummelt und ja tschüss tschüss tired zu du ja du li du 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 Vielen Dank.